Individuelle Holzkunst für den Wohn- und Außenbereich aus Holz geschaffene Berührungspunkte, die Geist und Sinne beflügeln. Lassen Sie den Zauber einzigartiger Skulpturen auf sich wirken. Spüren Sie die Faszination der künstlerischen Verbindung von Technik und Natur. Für den Innen- und Außenbereich fertige ich für Sie maßgeschneiderte, ästhetische Skulpturen und Objekte nach Ihren Vorstellungen. Mit kreativer Baumumgestaltung verleihe ich Bäumen ein neues Erscheinungsbild. Erfahren Sie in meinen Kursen alles über die Gestaltung eigener Objekte. Gerne biete ich Ihnen auch effektvolles Schausägen auf Ihrem Event. Ich freue mich auf Ihren Anruf.